Sooo, aber ich muss ihn noch einladen. Das wäre super lieb von dir. Mach ich. Angenommen. So, wir haben hier so eine Quest, ne? Mhm. Wo wir uns an diesen Typen da vorbeischleichen müssen. Das heißt, wir müssen uns einmal verwandeln, müssen in ein paar fünf Minuten an dem vorbei, weil länger hält das nicht, ne? Hast du diesen Seetank benutzt? Nee, das mach ich jetzt. Warte. Jetzt. Gut. Los geht's. Ich weiß ja nicht. Das war irgendwer, wir müssen dem Weg folgen. Hier müssen wir lang. Und dann in die Hölle. Ja, an diesem Monster müssen wir vorbei. Streichen. Streichen. So bitte. Kurz wach. Oh. Aber Öl macht nix. So. Wattest du? So, ich muss das abgeben bei der Olden. Ja. Und dann müssen wir... Möchtet ihr folgen? ...hitte herlaufen. Meine ist schon einfach weg. Ja, die ist da oben. Oh. Oh. Rot ist hier irgendwie? Oh. Ah. An... an... Wicken? Ich glaub ja. Wurde nicht mehr Staudel lassen. Kann die bitte noch nicht hier... Finde ich ja riesig da irgendwie. Ja ne? Ich müsste mal die Musik dabei sammeln. Aha. Jetzt komm ich irgendwie weg hier. Bin ich sofort da? Wenn sie sagt sie sofort da, dann ist sie sofort da. So, ewiger Kampf. Kehrt zu Aschildir zurück und erzählte von Hirnes Herausforderung. Dann würd ich das wohl machen. Bin ich. Ja hallo, wie kommt man denn da wieder zurück jetzt? Äh, jetzt können wir einfach frei. Da ist er weg oder so. Da muss man jetzt nochmal aufkicken hier oder was? Ja, jetzt da draufklicken. Ne, passiert nix. Hast du dann nicht so n... Ich hab schon was, äh, dass sie mich entlassen soll hier. Mhm. Was würde denn danach kommen? Vielleicht hab ich da schon nix gemacht und... Äh, ewiger Kampf. Dick fest. Kehrt zu Aschildir zurück und blablabla. Hab ich ja. Ja genau, okay. Dann... Fliegen ist nicht so n Ding, ne? Tiefseeschrecken, oh ja, jetzt sind die alle böse. Ja. Eure Geist wurde... geschwächt. Was hat sie getan? So, ein Weglicht, äh, aus Hellheim von Bloodbord. Und zwar nicht so gut, oder? Auch da ganz oben. Mhm. Aber man kann ja reiten. Ich konnte letztens hier nicht reiten. Der Baum verwandelt ist nicht. So. Und denn? Ich muss mal... hier durch. Hm. Ich muss mal... Mach keinen Hill draus, dann ist noch so ne Nebenaufgabe hier, ne? Ja. Wo man die anklicken muss, oder nicht? Egal, was da... Dann Ramok. Ramok. Ich glaube, hier kommen wir nicht durch. Dann müssen wir... den Weg nach oben nehmen. Da unten pügelt sich einer. Ja, das kommt dann später. Die... die kloppen sich da dann mit dem Rahmen auf. Ja, dann... Das ist zu weit entfernt. Gut. Und sind vier. Alter. Die kommen nicht in München. Mit tot. Lädt euch, wie man dieses Haus hier beschwört. Was ist das? Frau 30 Gold hätte es auch geblieben. Geil. Das auch. Ja. So, wir auf hier. Kriegsbeute. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Ach, kann sein, dass es ein Bonusziel hier ist? Ja, den du letztens nicht hattest. Dann müssen wir alle... Frauen, ne? Hier kommt er. Kennst du? Nee, ich bin im Schiff. Alles klar. Ach. Wir haben ihn nicht zu holen. Ach. Na ja. Oh, gut war das. Oh, gut war das. What up. muss man wo aus hier aus dem Zeug wachsüchtiger Rückzug, oh man ey ja das ist einfach ne obwohl ich glaub zu zweit wärs ein bisschen schwerer wenn du bedenkst wie viele jetzt hier raufloppen ja so leuchtest du woher kommt noch einer zwei aber ist denn schon weg tschess ich weiß nicht mehr wie viel ich umbauen muss ich hab keine Anzeige irgendwie ne äh für das Bonus ja ja wenn man viele Quests hat dann äh wird das nicht mehr angezeigt hab ich auch schon gemerkt mir geht es irgendwie blöd ähm kann ich nicht zack und schlitz und augenstrahl ja ich wie über diesen augenstrahl ha 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 ich mach dich ne zack zack diesen zack zack das ist die äh goldbezeichnung ne zack 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 ich gehöre ich kann das echt nicht das kann ich nicht zack 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 oh ja oh ja der stand erst nur dumm rum Hier ist ja schon ein Ende. Hier ist es mächtig, doch wir werden sie greifen. Sch, das tut mir. Mostauer aufschließen. So, was denn? Minus Tempo. Ne, oder Minus Meisterschaft, keine Ahnung. Ich nehme diese Scheißregel. Das ist ausdauer. Ja gut, das ist ja... Sucht das Fragment des Willens. Ich habe das Töbel und labert ihn so was. Und noch eine Kost. Ich trink' ne Vakiri an Heran, ok. Okay. Soooo Soooo Das kann man nicht abkoppeln Was ist das denn? Okay Äh 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 Sag ich, ich schlitz, schlack den Blumen und zack Soooo Soooo Hölle und Hund abgeschlossen Was ist das denn? Mit der Quest namens Hölle und Hund Keine Ahnung was das sein sollte Ich hab irgendwas... ja Okay, dann hast du es abgeschlossen Aber beim Questlog hieß sie anders Dann ist das vielleicht diese Bonus hier Ja aber da hieß sie anders, das meinte ich ja gerade leh leeee da wir haben sich schrecken so dass auch noch fragment des willens war die jürg mich jetzt Okay, wir schlagen die Kühnen, doch eure Bemühungen sind vergebens. Wir gehen. Ich glaub wir müssen noch zwei so ne Valkühlen freilassen. Ich hab's vergessen. Wie Atem. Hä? Da. Wo ist da? Was ist da? Hier irgendwo. Da muss es sein. Da ist ein Punkt. Glaubst du das? Hm. Da drin, ne? Okay, okay. Da liegt auch noch einer. Ja. Oh man, ich bin weg. Wir müssen mal kämpfen. So, der ist tot. Ich, 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 ich brauch Hilfe so ein bisschen. Ich weiß nicht wo du bist. In der Hölle. Wieso bist du dort? Wieso bist du woanders wieder? Ich bin ganz normal gelaufen. Wo man nicht gleich weggeschossen wird hier. Gut. Ich hab's geschafft. ich kann auch allein. Glaubt ihr ihr sagt dem Sieg nah? Unwürdige Kreaturen. Ääääh. Wir guten hier haben sie wieder hier. Jetzt aber. Jo. Du schaffst es ja allein, ne? Ja Du treibst dich ja, wieso? Du treibst mich? Du treibst dich bitte So, lauf, lauf! Lauf, Forest, lauf! Wohin? Ja, abgeben, irgendwas so, oder? Da ist noch ein Punkt Hier Blub 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 es kommt mal Musik Geld im EGW Schlagfeld entweder um die 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 und ne echt jetzt also fertig können wir uns ja das war ja schwierig Weil ich wollte auch sowas, sucht Helia und verlass ihn rein Ja, ist er doch Beenden, annehmen So, mach Schau, ziehe Bist du Hinter mir Eigentlich wollte ich mich die ganze Zeit hinter dir verstecken Oder dann hättest du mich die ganze Zeit gesiebt auf die Mose Oh Ja, fühlt sich hier so ein Gemotter Ich komme jetzt raus hier Wir haben unseren Teil erfüllt und wir fordern unsere Belohnung ein Diese Anmaßung! Niemand verlässt Hellheit so lang, ich herrsche! Tja Was? Das kann nicht sein! Die hat ja richtig viel Leben, gut, dass man gegen die nicht kämpfen muss Eure Forderung wurde erfüllt, Helia! Auch ihr müsst zu eurem Wort stehen! Die hat ja eine kalte Stimme Alle, die hat ja eine kalte Stimme Nein! Echt so wie eine rostige Kieskelle Nein! Beautiful! Ich sehe mich auch nicht! Das komische im ich habe euch abwartet nun in der Lüge die die Stahl und 6 nicht nein auch blöd ey was muss man sagen Rezept Oh, ich hab'n Fisch. Guck mal, was ist'n Fisch? Nein, danke. Was ist'n Fisch? Nein! Guck mal, ich hab'n Fisch. Ja, ich hab's jetzt gesehen. Ja? Ja. Schön, ne? Willst du essen? Nee. Why? Darum nicht. Oh man, du musst auch einen Fisch holen. Ich will das nicht. Du musst einen Fisch holen, das gehört dazu. Ich muss jetzt erstmal hier, ich weiß nicht, was ich einsetzen soll. Dann grille ich jetzt den Fisch. Ach hier, irgendwann ein Fisch holen. Jetzt hab' ich's auch. So. Ich muss auch hier mein Zeug irgendwie reinholen. Scheiße. Und dann macht'n Fisch schreibtisch. Oh, so, wie lecker Fisch. Ich kann mir das auch nicht tun. Um den Kopf abzuschlagen, müsst' ihr den Körper schwächen. Sind die Läger dann fertig? Doch zuerst muss Sturmheimsretter aufspießen. Mit sehr wichtigem helfen. So, Fisch ist drauf. Mal das noch mit was. Muss jetzt warten, bis der Fisch fertig ist oder was? Ich glaub' nicht. Abgeben. Ja. Kann ich euch helfen? Kann ich euch helfen? Kann ich euch nehmen. Ja, das ist eine Sekunde. Ich meinte. Ich spät mit mir. Wir sind jetzt. Lernen. Und da ist ein Zwerg hinter mir. Ach, das ist hier für kochen. Mh. Nein, ein Panther hat er. Ein Panther? Panda. Fündet wird hier im Lager der Rostock. Die gegenüber war auch noch eine Kresse. Guck mal, hier ist ein Mini-Koch. Momi. Such Momi einen Dalaran auf. Die hol' ihr bald auch noch mal eine Dalaran, weil ich muss noch meine Kresse abgeben. Ahem. Also, sie so zu dritzen. Oh. Hier ist eine Tante. Das ist eine Tante. Diese Fenrich.. olarht.. Fenrich Barth. Ja, hab ich schon. Und hast du sie schon angeklickt? Neee. Da hängt mich so grauen Magd. Können Sie mal ein BG machen oder so? Nein Du hast gesagt, du wirst kein BG machen jetzt Scheiße, ich habe gerade gesehen, da eben gerade wo wir waren, da hätte ich noch irgendwo reingehen müssen oder so Oder eben ansprechen müssen Ja Ja Bist du zurück, Gordini? Ne, ich weiß ja, wie hieß denn, ich will keinen mehr wieder sehen Wie landen denn das in diesem Fall? Meils, Neas wird überleben Für Gehen Neas Gebreit die solchen Vorräte, der verlassen war, okay Sieht aus mit Inni Ja, Melder an Gebraucht die Punkte Warte, warte ein Jahr Äh Offensichtlich dauert das nicht eine Stunde Und irgendwann müssen wir mal kurz nach Dalaran Nein, nicht, da ist ich nicht Wir müssen reiten Kurz nach Dalaran Demnest mal Reiten Halt Das muss alles, äh, monstlich durchgeplant werden Das ist ja schon Bock Aber das sieht aus, als wäre sie drin Nein Nein, das ist das nicht Wenn ich das sage, dann ist das so Okay Du bist du hier, muss das, tu das nur Ja, die müssen wir, weil wir müssen Die müssen wir, weil wir müssen, okay Die müssen wir Das ist das hier, hier in so einem Banner Ja, so, okay Wunderbar, und fein Weiter hoch hier, oder? Dann warten Wir müssen die Kirchen hinter uns, die Befehle Aufklärungsbefehle bleiben Oh, shit, was ist denn hier mit der Riegepflegermut? Geh jetzt nicht fest Ja, ich bin jetzt irgendwo anders, oder? Mach dich mal kurz Halt mal die Hand Läuft der Hekenfunk Ah, da, was will die denn nicht? Nee, 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 du bist Fuck, jetzt bin ich runterfallen Okay Tja Oh, wie stimmt die Laufen? Ich bin jetzt schon wieder Ich bin doch runtergefallen Ich musste wieder laufen Da sind noch so ne Kirsche und so, ne? Hier, zwei, zwei Hier Ja, wo denn? Ich habe kein Ziel Ja, wir müssen einfach die Quest aufannehmen